Hey, na, ihr seid ja schon wieder von meinem YouTube-Kanal. Ist es bei mir ja Spitzer? Okay. M-O-M-A-R-A-A-A-L-O-M-A-R-A-A 50-Wörter Guck mal hier einfach so, sowas nennt man Poesie Während deine Freundinnen sich schminken, Kolibri Ich bin nicht Selina, aber das wär auch nicht zumutbar Ich fühl mich eher so wie Mila, Superstar Oder wie der Tobi, der jetzt sagen kann, na und Ich bin einzigartig, du nahm mal einen Namen in den Mund Tobi fehlt in der Schule, sie sagt Tobi ist ganz schön wieder Er hält das Ding unter die Lampe, Lampenfieber Ich bin kein Gesund, hab keine Homophobie Jeder soll lieben, wen er will, ich bin für Monogamie Ist mir doch latte, Hauptsache der Beat ist fresh und von Slambeats Gibt ihm mal Props, so wie Mandy Langzut, ich war's nicht, ich kohle ein bisschen Bayerisch-Sprecher Du mögst das Feature haben, möcht ich heute Augen zu Vielleicht siehst deine Dinge besser, läuft bei Lu Sie macht einen Song und irgendwann hört ihr ganz Deutschland zu Ja und auch Jennifer, hallo Jennifer, was geht bei dir ab? Was sagst du dazu, dass Tobi schwänzt und er kein Hirn hat? Versuch mal Unterricht auf den Seychellen zu geben Oder werd Donaudampfschiffsfahrt, Gesellschaftskapitän Oder fang ohne lang zu labern, einfach anzuweilen Wegen einem rosa-roten Andy-Band-Spuck-Schwein Das in Berlin vor einer Mauer steht und Cindy heißt Und genüsslich in ein Donutschokozimt rein Bei uns vollkommen sinnfrei, weiß ich Vielleicht fahr ich nach Leipzig Und frag den Asiaten, ob er auch dabei ist Hallo Numara! Hallo Asiate! Alle hassen mich! Ria auch? Ja, ich glaub Ria auch Sie sagen, ich bin nur ein Bitch hier und ein kleiner Spaß Aber Mucke ist meine Liebe und meine Leidenschaft Keine Ehre, aber was ist heut schon ehrenhaft? Für so manche Freunde war man wichtig wie ein Nebenfach Deswegen fahr ich eben mal auf jeden so nach Freiburg Und sag denen, dass ihre Spätzle besser sind als Weizwurst Achia und Stefanie, Respekt an dich, du Knutschkugel Doch mal im Ernst, was ist denn eigentlich ne Pupsnudel? Was ist denn los mit dir? Thomas ist ein wenig durch Denn er will, dass ich sage, Thomas ist ein Kenis-Lurch Ich bin ne Rapperin und zwar ne ganz agierende Fans stehen hinter mir, als wären wir ne Familie Wenn ich mal wieder Emo schreibe, bricht bei euch Gefühlschaos aus Denn ich schreibe mit Gefühl aus dem Bauch Meine Musik ist auch für viele wack Die sagen, die und die ist besser Hass pur, aber ist Geschmackssache mit Female-Rappern Genauso wie mit Taschen, ich find Michael Kors geil Jeder kann was anderes feiern, das ist unser Vorteil Guck mal, das Grundgesetz, die Menschenwürde unantastbar Gemeinsam gegen diesen Krieg wäre alles machbar Ach ja und Tobi, was ist los? Hast du Gerichtstermine Oder machst du grad mit deiner Schwester auf Geschwisterliebe? Das ist die Schattenseite, jeder kann gedisst werden Und alles hat ein Ende, nur der Hip-Hop, der wird nicht sterben Großeinheitlich, was soll das für ein Wort sein? Anscheinend kommen deine Kenntnisse in Deutsch zum Vorschein Und AG, die steht in der Feuerwehr-Anfahrtszone Ihre beste Freundin ist ne oben anstandslose Rudi, alles Spaß Was war noch mit Mettenheim? Irgendein Dorf reimt sich wunderbar auf Kettenrein Wer die Beste ist, ist mir egal, ich bin die Wu Ich bin ein Mensch und zahl Steuern so wie du Andrea Berg war gut? Eigentlich nicht Aber Helene war vorher, sie war Ja, ich feier übrigens Helene Fischer Vor allem, weil ihr Song genauso heißt wie meiner Da gibt es nichts zu lachen, ihre Arbeit war halt geiler Doch in Sachen Hip-Hop gibt es keine mehr Geh mal zur Seite Ruhe, wenn der Kuchen spricht, sind die Prüme leise Potsdam, kein Plan, da hatte ich mal ein Fotoshoot Die fanden nicht nur meine Fotos gut Alles nur Spaß, das waren 50 Wörter Das nächste Mal mit Thema, so richtig mit Erörtern Das waren 50 Wörter, diesmal war der Asiate dabei Ich hoffe, es hat euch gefallen Daumen hoch, wenn dem so sei Und jetzt kriegt ihr noch mein nächstes Thema Und das nächste Thema ist Oldschool Egal wie alt du bist Also wenn du jetzt gerade 15 bist Und für dich Dinge Oldschool sind Wo ich sagen könnte, naja Das ist ja jetzt gerade erst so, ne Egal, alles was für euch Oldschool ist Schreibt es diesmal übrigens auch ganz wichtig Hier drunter Also unter das Video Bei den Kommentaren auf YouTube Und nicht auf Facebook Dann habe ich noch eine kleine Bitte an euch Der Link bei Facebook Oder beziehungsweise meine Seite Wird als gefährlich eingestuft Ich weiß das Ich weiß, dass ihr die Sachen, die ich poste Nicht teilen könnt Deswegen bitte ich euch Dass wenn ihr das Video seht Dann nehmt doch einfach nur den Link von YouTube Und teilt ihn so auf eurer Facebook-Seite Ihr müsst nicht unbedingt meine Seite teilen Ich versuche das gerade noch zu klären Das Problem ist nur Dass man an Facebook irgendwie sehr schlecht rankommt Also ich glaube, da könntest du irgendwie Mit 10 Mann Schatzwagen anrücken Und das würde die nicht jucken Und das ist halt das Problem Und ja Ansonsten Peace Eure Lumara Peace